ich wollte in die Mitte rennen und dann einfach...tumpf wir können einfach mal mehr rausfahren oder mehr rausfahren mehr rausfahren, aber nicht Loch nein, mehr rausfahren und dann zurück und Loch paar Sterne fliegt voll war da schon Gandalf? war da noch Mauer? war da noch Mauer? von hinten, hinter euch, hinter euch on-spottet eine von hinten, von hinten, ich guck die ganze Zeit da oben da läuft es einer, hier hätten wir uns nicht mal will einer oben oben, am Boden ach klar, ja, auf dem Erdstrahl einer oben rechts 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 einer Baum, zweit Baum nein! nein, ich komm nicht hinterher mit der Mauer was war das denn? was war denn das? was war denn das? ja, die hätten wir haben müssen ey, der Mauer, der hat noch einen geholt sogar wo gehen Grafen? ja, die sind die sind da da ja 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 Ich habe eine Grenade Ich habe eine Grenade Seitengang und weg Der hat nur noch 50 Ich hab ihn auch noch 200 Seitengang Fällt sich hier oben, ey, und im Umdrehen springen drückt er nicht Seitengang ist immer weit weg Ich schieb mal Da ist Rady Da links liegt gerade nur einer da Einer drinnen links neben dem Tor Ja Die schieben ruhig, also einer schiebt zumindest Aber warum fickst du nicht ab? Dann sofort Wir sind mal rein, der Unterdeck Am Loch, der kassiert 3 Rema vor, such nach wo die Gegner sind Steil Einfach rauslaufen Go, go, go Sag, wo die sind Was ist das? Grenade Haben wir jetzt keine Antwort? Switch, Switch Der letzte ist Switch Kommt hier Balkon Was ist denn das für eine Waffe, Hali? Was ist denn das für eine Waffe, Hali? Da sind so viele Sticker dran, da kennt man gar nicht mehr Was ist die E-DoS-Spezial? Willst du eine, oder was? Ja, jetzt so ein E-DoS-Spezial, ja richtig geil E-DoS-Spezial rot-weiß Kannst du es auch umbenennen? Ah, das habe ich auch den Namen dafür Jeder Schmerz Danke, du bist dein Namensgefühl für die Waffe Ich komme zu euch Ich bin eigentlich überhaupt schon bestätigt Wow Ist jetzt Bogen Rechte Bogenseite Rechte Bogenseite, da oder da? Jo, da war E-DoS-Spezial Nein, da kam einer E-DoS-Spezial Du kannst zurückbomben, dass E-DoS-Spezial Ich bin alleine Ah, nein, natürlich Ich bin wie viel? Vier Nur vier Nur vier Entspannung Einer hat fünf Vp, der zählt nicht Ein Mann verrannt in sein Team War interessant das Oh, einfach mal dreier schießen, legen dann in viertener schießen Ja Was? Ja Oh, das war eigentlich ein guter Fahrer Ah, dafür muss ich natürlich auch Oh Gott, das ist der Oh Gott, das ist der Einer ist der Einer ist der Noch mal eine fünf und eine eine So Ja, wir kaufen am besten, oder? Oh, E-DoS-Spezial drauf, ne? E-DoS-Spezial drauf, ne? E-DoS-Spezial drauf, ne? Ich hab ne Scout, lass doch mal ein bisschen gucken Okay Am Loch, ne? Da steht direkt auf der Moin Okay Er ist links Vom Ausgang Von hinten von Arkham Offensiv Ach ja, stimmt Von hinten Offensiv Noch einer da, Moose Von hinten Offensiv Von hinten Offensiv Okay Ich hab nur ein 3-1 Und da haben kein Geld Ich sparen wir noch Oh mein Hm Let's go Oben drin, Mark Oben drin Hör auf Ich hab da rausrutscht Mal zu hin Machst du unten dicht? Mhm Und da steht ein Loch beim Fenster Und dann kommt er in der Treppe auf Und dann kommt er in der Treppe auf Und dann kommt er in der Treppe auf Der hat noch 3 HP jetzt wieder hoch Ey Was ist das normale Diegelein? Nicht so rüber dem anderen Typen, nein Ja einmal erwischt ihn Ja einmal erwischt ihn Erstmal dann daneben So, was haben wir vor Ja die anderen Schüsse gehen alle daneben Ja Ich hab 2 jetzt gemacht Ich hab 2 jetzt gemacht Von den Wegel Verdammt noch 3 Und du hast noch 30 Sekunden Zeit Zeit dazwischen gelassen Ja Let's do this Vom Edo, lass gut sein Benni, wie hast du gegen Monter gespielt? Ich wusste gerade alle mehr schieben Benni ist voll gekifft Ey, ne Mit deiner Schwester oder was? Overdone, ja Achso, ok Gut, dass wir morgen kommen Oh, wie schön Ach stimmt, ihr kommt ihr morgen Dann musste alles heute noch geklärt werden Ey Hör doch nach, verstehe Ja Frisch noch ein Relaten rausgefeuern Mit deiner Lampe Der Monte noch da? Ne, ne Oh Throwing a flashbang Throwing a flashbang Throwing a flashbang Smoke Flashbang Was muss sein? Ich bin in einem armen Spot irgendwo sitzen 100% Zwei Arme Einer unter dem Balkon Einer am Spot Und einer hier genau da wo du jetzt mal aus mag Was ist denn ein armen Spot? Was ist denn ein armen Spot? Ah, das bricht der selben Moment rein Was ist denn ein armen Spot? Ich sehe das nicht Ja, ein armen Spot ist auch nichts Ich bin da gerade unschlüssig, der kann auch woanders kommen Ich gucke übrigens beide Balkonen Ja Ready, oder? Balkon Kann ich mal einer liegen? Ja Habe, oder was Ich weiß Nö, nö Irgendwas, was ich besser schießt Was wissen du? Ich bin unten Ich bin runter Toll Ja, danke Ah, rechts noch ne Arme Ah, seitengang, da steht ne Arme Durch Oh, ok Boah Ich bin seitengang, da steht ne Arme Ah, steht im Switch Mensch Links am Boden Dann knappe er das Boden Dann knappe er das Boden 4-5 Wir raus, Eko, oder? Angelt Meistraum, beschissen Wir fahren das schnell Mach! Der ist schon am Ketten Ich fang Räumen Ich fang Räumen Legere die Flashbang Was ist das? Was ist das? Da auch. Was ist das? Scheiße. Eigentlich ist er durchwachsend als Gelb. Vorsicht, er wird wieder ... Wo hat der Mann gekocht? Ja. Stryker hat er gerade erwischt. Er war um kein Wunsch im Umbau. In der Mitte, CT-Schräge. Seidengang, hat noch 5 HP. Ist weggelaufen Richtung ... Stein unten. Er hat noch 5 HP da eine. Fire in the hole! Moin! Die sind nicht. Jetzt können die nur noch mit AWP rumlassen. Na komm ja auch. Spare! Alle sparen den ... Oh, fahrs. Ja, fahrs. Ich bin dann wieder 19 Minuten gegen Bayern. Die Gegner schalten zu früh ab. Ich muss noch mal ein Loch durch droppen. Pass auf. Dann schnell rechts durch den Bogen und ... Und ne Sack! Ey, der ist so hart, wenn du nicht siehst. Jeder Schuss sei da gesessen. So! Perfekte Vorsicht von Ase. Brieb mehr als Fahrrad hier. Hier war ein Turm. Wo kommt der immer? Er war unten im Wasser jetzt. Das zweite Mal schon ineinander. Unten im Wasser, rechts an der Ecke da. Let's go! Let's go! Go! Nice. Ich bin wirklich gut. Hm. Ich werde den komplett wieder super stoßen. Wir piping raus. Nur beginnend ins Wasser. Einer Wirising kriege! Der Einzige, der jetzt wirklich nett ist. Robert undlli, ist für mich gegenüber dem Wasser. Wo? Was? A Unter dem Balkon? Ja. Unter dem Balkon. Dieser Donau. Dieser Donau. Eine Unter dem Balkon. Es ist liegt doch viel. Da durch und dann ist er da, Mark. Montee, Montee. Ah, Spottensack. Okay, mein letzter, irgendwo. B. Hinter uns, wieder unten, wieder unten, wieder unten. Hinter unten, hoch, wieder unten, noch letzter. Wir sind schon bei der Stein, wir sind schon bei der Stein. Ach, vorher die Bombe runterdrücken können. Good job, everyone. Keine Drops. Da ist er drauf, so durch.